Tor. Benes bringt Gladbach in Führung 1, 0. Elwedi hat auf der rechten Seite den Ball, spielt in die Mitte zu Stintl, der dann den Ball nochmal in die Zentrale zu Benes weiterleitet. Der Slovik wird von Staka nur begleitet aber nicht attackiert. Deshalb hat er viel Platz, traut sich und schießt mit dem linken Fuß in die rechte untere Ecke. Der Ball war extrem hart, deshalb ist Jastain machtlos. Laszlo Benes, Stern 9. September 1997 in Dunajska Streda, ist ein slowakischer Fußballspieler. Der offensive Mittelfeldspieler steht beim deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach unter Vertrag und spielt für die slowakische U21-Nationalmannschaft.